Hunger! Mann, ey! Und es geht los, Leute, wir sind auf Tour. Und zwar, wir treffen uns heute mit Marcel, mit Monte und gehen live mit Skyland TV von der Kirmes in Hamburg. Falls ihr da drin wollt, 17 Uhr geht's los. Und natürlich Assessor mit dabei. Und da werden wir, ja, ihr habt die Chance... So, oh, ich bereide mich gerade vor. Echt ziemlich gemütlich an. Lange Unterhose und so. Weil wir machen gleich einen IRL-Stream aus Hamburg. Von wo werdet ihr dann sehen. Ihr solltet aber definitiv so gegen 17 Uhr im Stream einschalten. Wäre heute richtig, richtig gut. Vertraut mir. Vertraut mir, das wird richtig nice. So, wir sind jetzt live. Geht gleich los. Kommt vorbei. Twitch.tv Slash MontanaBlack88. Ich packe euch den Link rein. Einfach raufklicken und mit mir einen schönen Abend haben. Wird lustig. Wir werden es sehen. Jo, was geht? Ich sitze jetzt schon wieder im Auto mit Sitzheizung. War ein guter IRL-Stream vom Hamburger Dom. Etwas über vier Stunden haben wir gestreamt auf dem Hamburger Dom. War ein bisschen kalt, aber hat richtig Spaß gemacht. Und ja, danke für den Support. Liebe. Guilty. Ciao. moisturizer Republican tôm. Wie geht das mal mit Sitzheizung rüber. Was geht das mal mit Sitzheizung? Auf den Zeit.